Herzlich Willkommen wieder zu meinem neuesten Unboxing Video. Heute präsentiere ich euch das Steelbook von Erbarmungslos oder auch der englische Titel Unforgiven. Ja, den Film kenne ich glaube ich noch gar nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich war ja in Western, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Und ich war früher nicht so auf Western so fasziniert, aber jetzt finde ich die viel besser als früher. Und ich habe mir gedacht, das Steelbook kaufst du dir einfach jetzt mal 14,99 bei Amazon, warum nicht? Und dieses Steelbook hat auch eine reine schöne Überraschung, das werdet ihr dann gleich sehen, wenn ich euch jetzt das unboxe. So, machen wir erstmal die Folie weg. Und ich war selber überrascht jetzt dann bei dem Steelbook, weil das ist gar nicht mal so üblich bei dem Deutschen von Warner Brothers. Und ja, das lasst euch jetzt gleich überraschen. Auf jeden Fall hier mal die ganzen Infos. Und jetzt machen wir mal das Papierflyerchen weg. Natürlich auch mit Klebepunkten versehen. Oh ja, das ist... Oh, auch noch hinten auch noch. Oh, das ist echt... Also das ist echt eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. Von Warner Brothers. So, ähm... Erst mal die ganzen Klebereste. Ach, die mache ich später weg. So. Auf jeden Fall ist das Steelbook geprägt. Es ist immerhin noch, ähm... Matt gehalten. Aber es ist geprägt. Es ist eine Rahmenprägung, wie ihr sehen könnt. Und die Art... So die Art Nägel hier, oder was das sein soll, sind auch geprägt. Und der Titel ist auch geprägt. Ist unglaublich, oder? Hätte ich echt nicht gedacht von Warner Brothers, dass die das dann so hier bei uns rausbringen. So sieht es von der Seite aus. Und so sieht es von hinten aus. Hat es auch nochmal eine Rahmenprägung. Unglaublich. Aber ich finde es echt gut. Finde ich schön gemacht von Warner Brothers. Top. Ein Lob. So. Dann schauen wir innen rein. Dann haben wir hier einmal die Blu-Ray. Und einen Innendruck. Wie ihr sehen könnt... Hoppala. Wie ihr sehen könnt, äh... Seht man hier auch nochmal die Prägung. Finde ich hübsch gemacht. Top. Warner Brothers. Schrägstrich Amazon. Dies gibt es ja, glaube ich, nur bei Amazon. Ähm... Hätte ich nicht gedacht. Mit Prägung. Wunderbar. Ich freue mich, die anderen den Film anzuschauen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und... Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.